Wir haben ein Büro, wir haben einen gewissen Platz und vielleicht mal länger als zwei, drei Jahre in der Meier Wohnung bleiben können, ohne uns wieder eingeschränkt zu führen. Und jetzt schauen wir mal, was wir uns da so anbieten können. Was haben Sie gerade? Hallo, hallo, ich freue mich, dass Sie angedepst haben. Hallo, ich bin jetzt. Ich bin jetzt schon ein bisschen viel von Ihnen gehört. Ja, voll schön und leid. Und jetzt möchte ich mich doch sehr gerne, dass ich den nächsten Schritt der Veränderung der Zukunft begleiten darf und ein Stück dazu beitragen kann. Mit der Nagelmöchenschwache geht es richtig, aber die Fassade ist ja nicht so geil. Ich weiß es aus, es muss nichts tun, der Knaller, aber innen drin, der wird ja überrascht sein, dass es wirklich alles neu sein wird, schön renoviert, also wirklich schön. Schau mal, ein Blatt. Vielen Dank.